Joach, willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt schon sehen, mein Bildschirm ist ein bisschen verzogen. Also mir haben mega viele in die Kommentare geschrieben, dass ich Stretch spielen soll, weil ich ja mit Controller auf PC spiele. Und ja, das werde ich heute mal ausprobieren. Ich spiele jetzt das erste Mal Stretch. Ich habe das gerade alles eingestellt. Und ja, so sieht das halt jetzt aus. Damit hat man ein besseres Movement, besseres Aim, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist erst mal der neue Shop. Es gibt einen neuen Skin, McWaffle und der neue Spitzhacke. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Dann gibt es hier immer noch die größten Triad-Skins, die Fußballer. Und auch eine neue Tarnung habe ich mir auch direkt geholt. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eingebültet. Arianfn. Ja, dann könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Und dann würde ich sagen, ich spiele jetzt einfach mal ein paar Runden Solo-Squad. Ich denke, ich werde kein ganzes Gameplay machen, sondern einfach jetzt ein paar Highlights gleich zusammenschneiden. Ja, mal schauen. Los geht's. So, ich lasse mal hier direkt. Natürlich tiltet. Und warte, da ist blau, pam. Oh. Alter, hier sind zu viele. Mein Gott, hier sind zu viele. So, über mir müssen noch weitere sein. Alter, hier sind zu viele. Nein, was macht der denn? Egal, weil ich die Finisher bekomme, ich trotzdem den Kill. So, ich denke mal aber, dass ich, ähm, dass ich für immer so spielen werde. Also, ich werde nach dem Video wieder, äh, alles normal umstellen. Keine Ahnung, ich selber gucke mir das nicht so gerne an. In der Auflösung. Was war das denn? So, okay, das sind auf jeden Fall mehrere. Er hört mich ja gar nicht. Und jetzt ist ein paar An allies. Ich will nachdem. Oh, das ist ja nicht. Okay. So, ich werde nachdem. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Alter So, ich geh mal direkt wieder tilzelt Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet Stretcht oder ganz normal Wie ich halt immer gespielt hab Aber ja, würde mich mal interessieren So, komm, gib mir nur ne Pump und Schild Ich brauch nur ne Pump und ein bisschen Schild Ja, komm runter Du kannst es wegkrabbeln So, hier müsste auf jeden Fall einer sein Aha Aha Komm her Ich hatte keine Munie mehr Aha Aha Ah 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 Ein HP. Alter, was geht hier ab? Okay, vor mir ist ein Baufight auf jeden Fall. Oh, hier ist jemand. Fuck, das nächste Squad. Okay. 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 Fuck. Nein. Alter, wie viele sind hier denn? Nein. 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 Fuck. Alter, die Gegner gerade sind echt nicht schlecht Alter, die Gegner gerade sind Fuck, das ist ein ganzes Wehra-Squad. Also zum Spielen ist Stretch halt echt besser, aber ich werde trotzdem nach der Runde umstellen wieder, weil ich will mich jetzt nicht dran gewöhnen. Und noch sieben Leute leben und irgendwie macht mir Fortnite in letzter Zeit viel mehr Spaß, seitdem man Metz pro Kill bekommt. Okay, der ist alleine. Der hat auch ne Sniper hab ich gesehen. Seine Falle hat mich nicht gebetet, aber meine ihn. Ah, da ist der nächste. Komm, bau dich hoch. Ich wollte ihn eigentlich erst trappen. Tja. Äh, goldene Ska oder AK? Ich weiß nicht. Ja, ich bleib bei AK. Okay, da sind die letzten. Ach ja, der Fußball-Skin. So, am besten gehe ich jetzt schon mal in die Zone, bevor die da sind. Stimm? Das war's. Okay, das muss die Sechzehner werden. Oh, 17 Kills hab ich dann. Ja, Mann. Puh. Also, ich muss ehrlich sagen, so zu spielen. Ich guck's mir zwar nicht so gerne an, aber es macht echt mega Spaß. Keine Ahnung, es sieht einfach viel geiler aus, wenn ich mich bewege und so. Naja, ich hoffe, euch hat's Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich öfters mal so spielen soll. Oder ob ihr das nicht so sehen wollt, sondern halt in der normalen Auflösung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.